hallo willkommen zurück auf einem kanal so und vor allen dingen willkommen zurück in mühlheim an der ruhe bei der berufsfeuerwehr der berufsgruppe a war das glaube ich da steht es ja doch nochmal ich habe schon wieder vergessen ja der ahrwache natürlich immer noch 20 der vierte 5 uhr 19 wir gehen langsam in den morgen hinein und wir werden hoffentlich bald erleben wie das ist wenn die schicht vorbei ist wasser passiert gibt es neue aufträge wenn wir die erste 24 stunden ich weiß das alles nicht und wir werden zusammen herausfinden heute sind wir ganz sportlich selber die strecke und meine stimme schon wieder weg ich habe noch eine bratwurst im hals oder sowas keine ahnung so wir sind ganz kurz mal durch den kollegen durch jetzt darf ich die tür aufmachen natürlich wer zu schnell ist ist halt so ne da muss man auch die tür aufmachen wir bei dem geben ist die maus so pop 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 so furchtbar furchtbar schnell jeder comic nerd wird jetzt sagen ich bin flash ja 5 uhr 20 es war eine harte nacht setzen uns mal hin in aller ruhe ne neun minute neun minute na 10 jetzt achtung brandschutz heimrauchmelder ausgelöst einsatz für elw 1 lf 24 tlf 1 dlk 1 rtw 1 im winkel ein heimrauchmelder als wir haben wieder eine wohnungsbrand zum glück also zum glück in dem spiel natürlich in realität naja ihr wisst schon was meine also gut wir haben ja was zu tun zumindest ne jo fahren wir mal wieder mit dem einsatzfahrzeug mit als als einsatzleiter schnell das mützchen und das jäckchen die kollegin ist wieder da ist glaube ich hier eine kollegin immer das spiel gibt das nicht so genau her naja also schwer zu sagen wir sind alle gleich hier in dem spiel ne wir sind alle feuerwehrleute sternchen innen ich fange nicht an zu können nein sorry leute das mache ich nicht leitstelle mülheim von 1 111 kommen der fährt nie mit was denn da los hier leitstelle mülheim kommen frage nach weiteren informationen zum einsatz kommen anrufer bestätigt raussäule wir werden vor ort eingewiesen kommen so da da ist es schon da ist es schon da ist es schon ja da ist auch ich sehe gerade dass eine feuerwehr zufahrt ja komm bleib stehen bleib stehen sie fährt mit mir um den block da war doch der feuerwehr zufahrt da auch naja ja da auf der seite ist es beziehungsweise die wohnung durchgehend ist noch eine interessante stelle und da bin ich gespannt hier wird schon gewunken oder ganz fleißig aber da ist doch ja gut wir fahren jetzt von hinten rein aber da vorne war eine zufahrt leitstelle mülheim von 1 111 kommen hier leitstelle mülheim kommen ach ich will immer rennen aber der rennt ja schon erste lagemeldung wohnungsbrand bestätigt starke rauchentwicklung kommen er wird verstanden ende so die machen wir hier immer gleich auf auf der anderen seite waren auch welche ist aber glaube ich im moment die rolle eh schon hier rein der leider werde mich definitiv hier drin brauchen ja wo mache ich dann hier rum man jetzt ob ich nicht die tastatur kenne kann man nicht einfach drauf springen ja geht doch auch 11 24 und da ist das ist unser einsatz leider was ist das jetzt der dhlk der rettungsware da um parken ja dann stellen wir doch hier rein oder würde ich doch sagen der macht das auch jetzt dann kommt das jetzt nach so viele folge haben wir was neues gelernt absitzen absitzen ich kann ja eigentlich gleich hier drauf bleiben ach das ja entschuldigung ist unfassbar hier wird gleich gehoopt absitzen wen haben wir da noch mit ich glaube die werden jetzt da sagen ja ja ok rettungswaage definitiv auch ich hoffe ich habe jetzt also ich bin jetzt ich glaube der steht auch noch ziemlich die haben schon am ausgabe die haben schon am ausgabe das ist sehr gut wieder das ist jetzt mal wichtig ortsbegehung ich muss jetzt selber wirklich mal genau gucke jetzt ja du brennst beziehungsweise rauch ich sehe noch kein feuer ich sehe nur rauch was heute los ja ich komme gleich moment jetzt habt ihr schon knistern oder es bret sich jemand gerade ein hähnchen ich weiß nicht es ist diese wohnung oder scheint der boden weg zu sein da fällte boden hätte ohne und dann müssen wir noch höher wo war das dann jetzt da da drin brennt hallo jetzt kommt ein flashback er wird die tür aufgerissen hier brennt alles klar gleich wieder zurück mit springen schlauch mit jetzt muss ich ja wir sprechen machen wir machen wir alles aber ihr wisst ja der brauche nicht durch besser eingang das macht doch wieder so da steht er in dem busch die sind schon abgesessen ja ok brandbekämpfung löser eingang und was war das jede rtw quatsch rauf fragen ja das lassen wir erst mal machen jetzt kommt dann können wir jetzt jetzt können wir sprechen wir haben aus brennt ist ja das ist sehr schön erzählen sie mir doch was passiert ist in aller ruhe ganz langsam wir haben viel zeit ja das hat sie richtig gemacht das hat gebiet hat man die feuerwehr gehoben natürlich ja das ist eine gute frage ob noch jemand drin ist in der wohnung ich weiß es nicht jetzt müssen wir mal gucken ob da vielleicht doch jemand drin sein könnte okay verlassen sie denn aus eingangsbereich das hat euch schon einsatzbereich mit eingangsbereich ja es steht schön aus ne leute wollte denn etwas mache ja wie kann man dann hier wie kann man dann hier wirklich jetzt mal das bin mir das sind wir dennoch her wo mache die der löschwässer abgang hin wo ist das jetzt sinnvoll vorm haus können die eine viel mache außer hochspritze macht das sinn hier vorne so den haben wir oder den haben wir ja den liegt die lege sehr schon gucken wir beim drehleiter wahrgenommen da ist jetzt moment nix gut nester so bis früh personenrettung der jahre wie war es damit anleiterbereitschaft oder sowas wie war das datum mit drehleiter anleiterbereitschaft da ist doch mein gott kann ich denen nicht sagen hätte ist vielleicht noch jemand drin geht das dann gar nicht brandbekämpfung löschangriff holstrahl ruhe kommt fangt ihr schon mal an der wo vor mir steht genauso aber die würden das noch nie machen dass da wirklich jemand die leitstelle mülheim kommen dass da noch menschen wäre oder sowas zweite lagebildung erstes rohr unter pa in den innenangriff löschangriff wird eingeleitet kommen mal kurz rein leuchte das alles in ordnung aber seht ihr das ist jetzt keine komische bildgrafik oder sowas sondern hier ist wirklich ein raum drin schaut noch mal gut an irgendwann wird er verkohlt sein wahrscheinlich wenn die so aufgebaut sind weil ihr seht ihr hier die fenster sind alle mehr der weniger nur dekoration im spiel und hier gibt es wirklich räume und so da hat sie darauf jetzt naja schauen wir mal jetzt muss ich erst mal feststellt hier geht ein oder zwei schleute gehen schon rein wo kommt er hier fahrschuße sollte jetzt nicht mehr benutzen natürlich nur da kommt zwar schon durch die decke naja steht schon bereit ja ich würde jetzt gerne meine kollege sage ist es möglich dass noch jemand drin ist niemand hat aufgemacht bitte geguckt ich weiß nicht was macht ihr vorher generell wenn jetzt unklar ist ob jemand drin ist die gehen rein löschen natürlich muss ja so oder so ruft man mal oder so ist noch jemand irgendwo dass ich das gerade unter dem bett versteckt oder keine ahnung auch da bitte gerne eine info dazu das wäre ganz interessant zu wissen die beobachter jetzt funktioniert okay dann soll er mal gucken vielleicht ist ja jemand drin hey genau der steht ihr dann eigentlich günstig wenn jemand sich auf dem balkon beflüchtet hätte ich meine da würde ja jemand rufe wenn er überhaupt rufe kann welcher kollege ist das wurde drin ist das kann man ja auch so machen naja mit dem ich doch gar nicht oh ja heute eigentlich schlauch dabei hier ist der rauchmelde ja okay wir haben sie gefunden kann ich dann hier jetzt nichts machen oder hätte ich etwas mitnehmen müssen der teil steuerung das muss ich schon selber steuern brandbekämpfung löchangriff und es geht aber nicht warum weiß ich nicht das ist auch niemand an der fenster oder so dass einer da ruft es ist aber jetzt keine person zu sehen das ist immer ganz gut Wir sind mit zwei löschen drin zum löschen Stimmt irgendjemand hat ja geschrieben mal hier in die kommentare und so weiter dass er meistens hier tlf die der löschmonitor benutzt aber wäre der jetzt hier sinnvoll ich weiß gar nicht Nur ich hätte doch eigentlich hier die möglichkeit warum habe ich jetzt nichts dabei Gehen wir noch mal Hey schon wieder falsch auf anleiterbereitschaft das heißt wir fahren wieder runter oder Vielleicht können wir so ein schläuchsch mitnehmen ich meine hier ist doch glaube ich so ein rohr installiert an der treppe hier an der leite dass er so fest ist und hier ist ein abgang oder zugang abgang wahrscheinlich ne und da oben ist ja das da dafür Das komm ich hier nicht mehr raus muss dann jetzt meine der ist wieder weg gelaufen wahrscheinlich Ja der müsste normalerweise hier sitzt jetzt ne oder Und da geht leider nix ne dass man jetzt hier mit der zentrale irgendwie noch kommuniziert So jetzt wollte ich doch gucken brandbekämpfung Das kann einfach nichts machen Woher kriegt er sein wasser der kann doch selber wasser hersteller normalerweise oder wird Komm ich das denn trotzdem beobachte Kann ja auch ohne mich machen Ja normalerweise muss er doch wirklich wenn wir jetzt mir so in den Schubblächer reinguckt und so weiter was du siehst da ist doch auch Ne das Kabeltrommel Absperrmaßnahme Straßensicherung Das Entlüftungsräte brauchen wir später hier schläuchsch ist doch alles da Oder auch so ein Standrohr Ich kann hier mal versuchen eigenmächtig Eigenmächtig mal versuchen Das müssen wir jetzt eigentlich hier abschließen können Anschließen können Ist es überhaupt richtig ich habe jetzt Da gehen noch eigentlich diese Ich habe Was war das jetzt B Schlauch, C Schlauch Die Löcher noch Ja ich muss das bisschen beobachtet da oben Ich kann ja nicht hier jetzt rum spielen aber ich will es einmal mal probieren C Schlauch Genau der C Schlauch kommt ja nach diesem Verteilerstück ne Gehe ich davon aus Oder liege ich da falsch So Und der B Schlauch ist halt wahrscheinlich dicker damit er mehr Wassermenge Zum Verteilerstück schaffen kann Gehe ich mir davon aus jetzt Verbinden Das mit dem wieder runter kommen dann gucke ich mal ob ich noch was anschließen kann Was ist das ein Kompressor ist das ein Stromgenerator Lüftungsgerät auch Hohlstrahlröhre haben wir auch Hohlstrahlröhre haben wir auch Äh Da Da stehts Ups Jetzt habe ich mich Jetzt verhänge ich Ich hänge Oh nein Der ist schon wieder weg gelaufen Das interessiert den gar nicht ne Ich habe eigentlich ihm dahinten einen Job gegeben Ist der raus Der ist raus Gut Dann kann man hier ein So Keine Ahnung warum der hänge gelieb ist Das Hohlstrahlröhre hat sich irgendwo Verhakt So Bitte wieder aufheben Was er geht Ah Wir kriegen es hin Ja genau Schließen ist eine gute Idee Bevor man reingeht Da war einsteigend Boah man Das ist aber fett Ich komme gar nicht mehr zum Löschel Da war es doch gerade eben Drehleiter bevor der wieder abhaut Beobachten So Wir haben ein bisschen Wasser dabei Na komm mach die sind ja gleich fertig So So jetzt Und auf geht's Nächste Fahrt wieder einsteigen Vorne Chips an der Kasse lösen Die ist schon fast weg Ach man Jetzt habe ich so weit geschafft So weit Und versagt Kläglich versagt Leitstelle Mühlein von 1EW1 Kommen Leitstelle Mühlein von 1EW1 Alles da oben noch ein bisschen nassmacher Kommen Weitere Lagemeldung Berat unter Kontrolle Einsatzstelle wird weiter erkundet Kommen Das ist verstanden Ende Die mache alles ohne mich da drin Sind wir schon soweit Dass wir Gehen wir mal auf irgendwen hin Dass irgendjemand schon vielleicht Glutnester sucht Ja ich war ein bisschen langsam Aber die Idee war gut Ich habe es geschafft Ne Immerhin Naja gut Ich habe genau das brauche ich doch Ist meine ich nicht an? Jetzt ist es an Benutzt Jawohl Ich habe nämlich bei den letzten paar Mal jetzt die Erfahrung gemacht Es ist besser wenn die am Lösch sind dass ich eigentlich hier diesen Mit diesem Hackeball hier nehme Ich habe den Namen schon wieder vergessen Wie das Gerät heißt Und gleich hinterher laufe Und gleich aufmachen So wie es geht Ne Dass die Leute jetzt alle Scheint wieder so Knistern Ja es brennt schon wieder Ich hoffe die kommen jetzt automatisch schon rein Dass ich hier nicht hole muss Also alle Badezimmer Badezimmer Die wir hier jetzt also gesehen haben Sind immer alle heil geblieben Das Bett wird auch wieder brennen Warum gucken die immer weg beim zuhacke? Naja gut Pickel im Au brennt wie Sau Ist ja klar Müssen wir ja weggucken Das Bett knistert auch wieder Soll ich mal pfeifen jetzt oder bei Comedy Warum kann ich das Funk nicht benutze? Das Funk Ich muss aufpassen Ne dass die Jungs hier gleich wieder Wo ist der Eingang? Halt Ne dass die Jungs hier gleich wieder ein Problem haben Boah jetzt haben wir den Schlauch aber hier ganz schön Schlauch verteilt ne Ihr wisst ihr wie es ist ne Dann stürzt das Spiel wieder ab Und wir hängen wieder fest Wäre ja auch einer gewesen Ja Leute drin brennt es wieder Da war noch irgendwo was Das Bett war das noch Ah dahinde So Brandbekämpfung Belüften Das kann man hier die schon mal machen lassen Dann sehen wir vielleicht auch gleich ein bisschen mehr So So jetzt hätte ich gerne dass noch mal jemand Glutnest ersucht Ich hoffe das geht noch Das ist ja das geht nicht Das heißt irgendeiner hängt jetzt Ne ähm Das ist doch mit der Glutnest Dann geh doch Null Grad zeigt er Null Grad Ich glaube eine Hitze ist ja trotzdem noch drin oder Ich meine nicht mehr heiß Das ist vielleicht nicht mehr brennt aber Es hat immer ordentlich gebrannt Jetzt ist natürlich alles nass Okay hier ist alles klar Okay Na das wären die zwei Dinge sowieso gewesen die ich schon weg gemacht habe Ja muss man davor noch Aber die zwei kein Glutnest gefunden Keine Glutnester gewonnen Noch was Ne das war es wohl Ja dann Gehen wir mal auf die Straße Und Ja vielen Dank dass ihr gekommen seid aber da ist nichts Ihr könnt dann schon mal zurückfahren alles klar ne Ciao Ihr könnt ihr schon mal Pause machen oder in 10 Minuten geht es eh wieder raus Also So So ähm L14 Hier Tun sie was Ja okay Ja Ja Nur Hauptsache dass hier alle wieder Jetzt müssen sie hier viel aufgeräumt werden und das was ich hier Manuell aufgebaut habe diesen Schlauch wo ich hier selber gelegt habe ich bin gespannt ob die denn jetzt auch weg mache Ob sie soweit mit denke Ne die Lüfte noch ich kann doch nichts machen lass die lieber noch stehen Ähm Die können aber doch Äh Hier fehlt schon wieder was Hier irgendwas sind die haben die schon wieder ein Problem Löschwasser Eingang fehlt noch oder was Haben die keinen Löschwasser Eingang gemacht? Jetzt lassen wir die die das auch machen ne schon Damit sie es wieder abbauen können Ah ich bin schon fies ja ich weiß Na da war auch noch ja gut die dinge gibt es ja so überall ganz ehrlich Wem das im ganzen Leben noch nicht aufgefallen ist wo diese ovale kleine Gullideckel sind am Boden Aber die habe doch einen Verteiler gelegt schon da liegt er doch und ich habe mich daran angeschlossen und hatte Wasser Und jetzt machen die da was äh äh Guck mal da liegt doch das Wärmebildgerät am Boden Leute das kostet doch Geld Der legte Schlauch jetzt muss es fertig machen Genau hilf und deinem Freund hier deinem Kollege deinem Kamerad Die können wegfahren Die glaube ich auch jetzt Rauch hat sich verzogen Dann gucken wir mal wie mehr die Wie die mit dem Zusammenpacker stehen Mit dem selbst gelegten Schlauch Ups Naja sie fangen schon mal an Die haben sie jetzt auch geschafft Mal gucken ob sie jetzt zusammen packen Ne es kann nicht wahr sein Irgendetwas fehlt bei denen jetzt Brandschutzbereitschaft Das würde es noch machen Ach das kann doch nicht wahr sein Keine Ahnung wie ich die jetzt im Zusammenpack gekriegt Oder die weigern sich dass sie jetzt alleine die ganze Schläuche hier aufwickeln müssen Guck mal Alle Kollegen sind weg Da steht noch das Lüftungsgerät Sie haben den Schlauch weg geholt was ich gelegt habe Sehr gut das haben sie mitgenommen Ja alles wieder Folter ohne Holstrahlrohr steht auch da drin Der ist gerade weggelaufen Aber da holt das Lüftungsgerät Gleich kommen wir da um die Ecke Was mache ich jetzt mit euch Jungs Ach man die sind die wieder total geflasht Mal in so einem Körperspringer ob da irgendwas ist Trennen Ablegen Trennen Ablegen Gucken ob ich es manuell wegräumen kann Äh Nur auswendig kennest du es halt trotzdem noch nicht Es wäre gut wenn der mir jetzt anzeigen könnte wo es hingehört Tja Da fehlt da noch eine Gasmaske Ähm Artenschutzmaske Ausstattung Da liegt ein Verteiler Ist das überhaupt unsere Verteiler? Ah ja sehr gut Oh hier Das teure Gerät hier Mensch Das war doch immer da oben Da warst du schon Ähm Gott die ganze Schläuche Ne das da oben noch einer steht und versucht zu löschern oder so Nimm das Nimm gar kein Ende wo Irgendwo muss doch Der Anfang als Ende sein Dort der liegt einfach der verschwindet einfach am Boden Offensichtlich weigern die sich einfach nur das zusammen zu packen Und da kommt der aus der Decke raus Ach du meine Güte da vorne die zwei stehen auch noch da Oh Gott Alter das Spiel könnte 100 Punkte habe Da war es doch schon Ich versuche es irgendwie mal manuell jetzt hier alles zusammen zu packen Aber die Der Einsatzleiter brauchen wir dazu nicht Die Stande Der Stand ehrlich die gucke immer noch nach oben Na ja gut Ach ja Von denen gehört auch noch etwas Hä Was macht er jetzt? Mach dir die Tür zu Und sie ist fertig Wieso hat er jetzt hier uns nur den Schlauch eingepackt? Da stehen sie doch Komm macht das ihr verschwindet Oder stellt euch hier bei der andere an Die fahren ja auch nicht weg richtig Clever ne? Ich mach das erst hier ab Während ich hinter wahrscheinlich das Wasser noch gar nicht abgedreht habe So Leitstelle Mülheim von 1E1 Kommen Hier Leitstelle Mülheim Kommen Abschließende Lagemeldung Feuer aus Wir rücken ein Kommen Verstanden Ende So So Dann machen wir schnell noch den Deckel zu Bis da keiner rein Stolbett Schauen wir mal ob wir die trotzdem noch gerettet bekommen Schlauch Schlauch Ach hier Geht natürlich nur an eine gewisse Stelle mit dem Schlauch zusammenrotte sehr klar Da Da oder da waren wir doch Komm Kameraden Zwei Stunden ist Feierabend Der ist so begeistert in der neuen Uniform dass er jetzt da im Weg gestehen bleibt Passt das jetzt noch irgendwo rein oder nicht? Wenn wir den jetzt mitnehmen können was machen wir dann? Verlustmeldung schreibe und einfach da in der Garte lege Ja da Da war doch was So Die große Box noch weg War die hier auf der Seite? Glaube ich noch die war auf der anderen Seite glaube ich Ah ja Heute alles an Platz Ist ja gut so Der hat noch die Artenschutzmaske an Ja dann muss ich mir den Kollegen mal grad schnappen Das stellte sich wieder nur hin Ich hoffe das geht jetzt mal zusammenpacken Oder wie auch immer werden wir hier sehen Okay Na Das ist alles so knapp gelegt So Da oben war mal auch ne dran gewesen Da kann man das ja auch Ne benutzen will ich nicht Jetzt bin ich mal gespannt Jawoll Das geht Das macht er jetzt Und äh Aber dann gehe ich Wie war das? Ja Ist jetzt mit der Hände drin Die sind gerade am einruhen Die sind schon wieder zurück Mädel Da ist doch KG Ampel Ja da muss ich nochmal Da 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 Fahre die andere wenigstens Gucken ob die jetzt fahren Gucken ob die jetzt fahren Also das ist doch nicht so fahr so Das ist äh Diese hier Wer fährt denn da jetzt? Der Kollege fährt hier neben dran Der Maschinist vielleicht ne? Oder ist es? Ja Ah sie ist weggefahren da oben Sehr gut Dann stellen wir die auch Mit dem Parkmenü kurz hier an der Ampel Das E-Rot Äh der war schon weg Ja Hier sind wir wieder richtig Hier sind der Gold richtig So äh Wir bleiben noch stehen Wir machen hier die Die Feuerwehr Zufahrt hier wieder zu dicht Der kommt bestimmt rückwärts rausgefahren jetzt Pass auf der Hub wieder Nee er fährt vorne raus Und dann bleibt er bestimmt an den Dinger stehen Oder machen die selbstständig die Dinger runter Diese Absperrung Ach also Leute Gut sie hätte es selbstständig gemacht Lassen wir es mal Drück mir mal ein Auge zu Einfach durchfahren Von der Perspektive sieht es fast besser aus als in der Ego Perspektive Weil das sieht er wenigstens was Ja ist die Nummer glimpflich ausgegangen Obwohl sie fast schon wieder abgeschmiert sind ne? Vom Programm hier Ich guck mich nicht Mach ich mir Angst wie du mich anguckst beim Einsteigen Echt? So Auf geht's Ab nach Hause Jetzt ein schönes leckeres Fischbrötchen am frühen Morgen Hm Ja gucken wir mal was noch für ein Einsatz kommt Gut Den er geht noch Ich hoffe dass wir gleich da sind aber wir waren eh nicht zu weit gefahren Davon abgesehen Nein komm schon Die werden von hinten geblendet Ja Autos 6 Uhr 8 Naja hoffen wir mal das ist Also das wird ja schon hell langsam Kann man langsam wieder was sehen Das waren jetzt wirklich unheimlich viele Folgen im Dunkeln Also ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern wie dieser Ort im Heller aussieht Oder? Eher meins genauso ne? Was bedeutet eigentlich die 250 da oben auf dem Helden? Also ich hab gesehen das ist bei jedem drauf Hängt das hier mit der A-Ware zusammen oder mit der... Keine Ahnung? Wahrscheinlich ne? So wir sind zurück die Vögel zwitschern schon Hier wurde heute Nacht viel Benzin verfahren Da steht schon mal fest Bei der Diesel Und jetzt müsste eigentlich alle da sein ne? Jo Ah er steht schon oben bereit Er weiß schon genau was Sache ist Wir verstehen uns schon Unfassbar oder? Wirklich nur paar Minuten Achtung, Brandschutz, Containerbrand Ja, ist Schluss Einsatz für TLF1 Dornenkamp Das ist noch so ein Frühstück Mission Natürlich Ich hätte jetzt eh gedacht Wenn jetzt nochmal so ein großer Hausbrand kommt und so weiter Dann wird das hier fast schon eine 2 Stunden Folge Aber naja, vielleicht passt es aber auch Wir sind gerade reingekommen Jetzt rücken wir schon wieder aus Naja, ist doch ein Container oder? Das machen wir doch mit links Da können wir noch ein Frühstücksei dabei Mit Brötchen dabei ist Leitstelle Mülheim 1 TLF4001 kommen Hier Leitstelle Mülheim kommen Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz Kommen Brauchstelle bestätigt POL vor Ort Wir werden eingewiesen Kommen Verstanden, Ende Okay Okay Also Containerbrand Aber POL Also Polizei ist vor Ort Okay Ist mal eine andere Mission Ich hatte eigentlich Noch kein Containerbrand mit Polizei Lassen wir uns mal überraschen Ach hier Kollege, ist mir aufgefallen Der Sitz ist noch warm Ich hab da die ganze Nacht noch gar nicht abgekühlt Naja, ich bin hier fremd im Ort Ich muss bisschen rumgucken Weil ich hab noch keine Ahnung Ob wir an der Am Dornenbusch schon sind So hieß es doch Dornenbusch Ich hab auch keine Ahnung Ob die Straßennahme echt sind Ob es die wirklich gibt in dem Mülheim Ist auch noch ein Firmengelände dahinter Das ist bestimmt ALDI Insider wisse was das jetzt bedeutet Ja ich werde fleißig die nächsten Tage Oder gelegentlich Ah dahin kommt schon die Rauchsäule Fleißig mal einige Folgen aufnehmen Und die dann halt so programmieren Dass sie so nach und nach erscheinen Nicht alle auf einmal Was echt übel ist Ich hab's ja oft gehört Aber jetzt weiß es ja selber wie es ist Es dauert echt lange die hochzuladen Ich hab hier Volle Lotte Volle keine Speed Mit Internet Das ist alles kein Thema Aber das ist halt bei YouTube Ganz normal hochladen Überprüfen und so weiter Und 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 Das ganze Prozedere So und was haben wir hier Aha Die ist noch die Polizei dabei Das ist aber Naja das ist jetzt morgen Nachts schaffe die nicht so gerne Und jetzt kommen die auch mal bei Da ist er schon der Container Na verabschieden wir uns schon mal Von dieser Holzbarriere Die sehen wir eh nicht Bis wir fertig sind Oder doch Mal gucken Jetzt Leitstelle Mülheim 1 TLS 4001 kommen Hier Leitstelle Mülheim kommen Erste Lagemeldung Container im Vollbrand Angrenzen ist Wohnhaus gefährdet Maßnahmen werden eingeleitet Kommen Das ist verstanden Ende So alles schön mit der Aufklappe Der macht die Leiter runter Jawoll Langsam weiß ich schon auswendig So ähm Quatsch Ne 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 Ach ich muss es aufziehen ja Ja hat es schon Jawoll Ich nehme dann hier der Unterfluthydrantenschüssel mit Ich komme schon Der Kollege könnte ja mal ein bisschen weiter weg warten Bis ich den Deckel aufhabe Aber nein er steht mir direkt vorne dran Jedes Mal Na Na was ist dann? Oh nein Meine Güte So Da Ne 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 Mann 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 So Ich hole schon mal den gelben Schlauch wahrscheinlich Auf der anderen Seite Und damit habe ich mal gut gedacht Ne ne das ist immer noch Ein B Schlauch Klar muss ja erstmal zu dem hin Zum Verteiler Ja ist ja gut Ich weiß es schon So Jetzt Brandbekämpfung Da hat es Wie ich gesagt habe Die Holzfassade Die Holzpalissade Um die Mülltonne drumherum Die ist schon Vergangenheit Leitstelle Mühlheim 1 TNF 4001 kommen Leitstelle Mühlheim 1 TNF 4001 kommen Was Brand unter Kontrolle Das ist verstanden Ende So eine riese Kiste Da guckt so ein Wurm von Schlauch raus Wir wissen ja den kann man ja ziehen Kilometer wann Kilometer weit Kann man den wirklich dehne ohne Ende So Aufheben Jetzt kriege ich meine Position mitgeteilt Ich muss natürlich mit dem Schlauch ums Feuer Dort rum rennen So jetzt haben wir Feuer Äh wasse Ne noch nicht Jetzt Ein sehr hartnäckiges Foto Äh Das ist ja Dieses Feuer ist ja auch richtig Richtig hartnäckig Ach da fahrt doch schon die Bretterteilrunde Ich hab gerade gesagt Das ist ja noch einigermaßen gut Halt nur Brandlook jetzt Das sieht doch eigentlich ganz gut aus jetzt Jo Sind wir schon soweit Gehe ich schon mal da vorne hin Vielleicht muss ich wieder unter was aufstarren Ja super Gut dass ihr hier seid Ja alles klar Also es sind zufällig wobei gefahren Deshalb waren die da Ah ja klar die sind im Urlaub Die sind immer nicht da Arbeiter oder im Urlaub ne Oder irgendwas ist immer Schönes Häuschen Jo dann Warum Ach da ist doch noch Doch das hat keine gefunden Alles klar hier hat er doch gesagt Das ist immer der mit der Artenschutzmaske der hoch muss oder die Mistgabel hole Was ist das für ein Geräusch? Ich hab noch gar nichts gemacht Ah ist schön wie das wieder brennt Was im Marsch Was im Marsch Komm So das wird es gewesen sein Aber Aber Die Sitten Empfehlen es einfach noch einmal Glutnissersuche Bitteschön Na Na Alles klar hier So dann auf geht's zusammen packen Kommt schon schnell zusammen packen Ich hab noch was vorher Ich muss nochmal in Huga in die Shisha Bar Und muss dort jede Menge Tabak anbauen So So und es wird langsam hell Das ist schön Und dann werden wir in der nächsten Folge schon allmählich auf der Feierabend zu gehen Und da bin ich mal echt gespannt Ob sich die Aufträge ändern Oder irgendwas Irgendwas muss doch kommen 24 Stunden A-Ware wäre dann vorbei Ich denke es wird einfach so weitergehen Aber mal gucken Ne Man muss ja immer ein bisschen positiv sein in solche Dinge So Den hat er mit Schwung genommen So Was will er dann doch hin Ich muss doch hier erstmal das Ding wegbringen jetzt So Jetzt komme ich doch wieder Und schließen Junge Junge müssten die jetzt schlags kaputt sein Müde Hungrig Und zwar Bei so in der Nacht mit so viele Aufträge Und wir sind noch nicht durch Ne Also wir haben noch anderthalb Stunden So So Hat er schon weggeholt Ne Der Deckel ist auch noch offen Mensch Du hast Opa hast die Mistgabel abgelegt Den Deckel hinzugemacht Ja Die sind alle müde jetzt Ja Das ist halt Das macht mal auch mal Fehler Was macht er jetzt so Das darf ich so machen Noch Ah Schön die Dämmerung Ne Ich glaube Hab der stehen Ja Okay Macht's gut Kollege Wir sind weg jetzt Leitstelle Mülheim 1 TLS 4001 kommen Hier Leitstelle Mülheim kommen Abschließende Lagemeldung Feuer aus Einsatzstelle an die PUL übergeben Rücken wieder ein Kommen Ja das ist verstanden Ende Ja wir rücken wieder ein Wir rücken zurück In unser In unsere Basis In unsere Hauptware A-Ware Und ähm Ja Interessant Also wir haben wenigstens haben es geschafft So ein selbsttätiges Schlauch anzuschließen Und mit der Feuerwehrleiter von oben aus zu spritzen Nächstes Mal ein bisschen schneller Oder wenn ich das besser positioniere das Auto Dann versuche ich das noch immer Und versuche dann die Kollegen von außen zu unterstützen Also es geht zumindestens Also man kann flexibel eingreifen Man darf sie nur nicht in ihrem aktuelle Auftrag stören Weil dann Tilt und dann Stehen sie wieder alle Richtungen wieder rum Wir fahren jetzt gemütlich zurück Vielleicht gönnen wir uns noch wirklich ein Mettbrötchen Ich glaube der Kollege hat auch ein Mettigel bereitgestellt Das wäre doch mal was ganz feines zum Frühstück Und ähm Ja Wir sehen dann in der nächsten Folge Wie es weiter geht Und können langsam auf die Ende der 24 Stunden Schicht zu Also Gehabt euch wohl Bis bald Ciao, ciao, ciao Ciao Ciao